Hi, ich bin Elvind im Tortenland und heute backe ich mir einen Tannenbaum. Den Tannenbaum mache ich aus einem Giant Cupcake und den habe ich schon vorgebacken. Das Rezept verlinke ich dir in der Infobox. Der Giant Cupcake wird jetzt noch mit Buttercreme dekoriert und hierfür brauchst du folgende Zutaten. Puderzucker, Butter und Lebensmittelfarbe. Als erstes schlage ich die Butter schön schaumig auf. Jetzt kommt der Puderzucker dazu. Und dann die Lebensmittelfarbe. Buttercreme dient als Kleber. Jetzt streiche ich den oberen Teil dünn mit der Buttercreme ein. Ab in den Spritzbeutel mit Sterntülle. Den Cupcake dekorier ich jetzt mit kleinen Röschen. Fastion wait. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Jetzt geht's weiter mit dem Christbaumschmuck. Den Baumschmuck habe ich ganz einfach aus Fondant modelliert. Jetzt kommt noch die Christbaumspitze auf den Baum. Und ich weiß genau, dass wir eng gehattern. Liebe Grüße an alle Saarländer. Glitzer, glitzer, glitzer. Wenn dir mein Video gut gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Frohe Weihnachten! Ah, Andi, mach mir grad bitte das Licht aus. Ich seh mir ja so gern, wenn's Wehmchen brennt. Oh, ich hab gar keine Lichterfahrung gemacht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020